Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play I am Setsna Ich habe mich entschieden jetzt zu sagen, gut, wir gehen jetzt mal ins letzte Gebiet rein Um uns das anzugucken Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Sidequests mache, sobald das Spiel durch ist Ich meine, kann ich machen, aber offiziell denke ich mir, eigentlich reicht es dann So, das letzte Orihalkum gebe ich noch hier, damit sie schön aufgepowert ist Ich meine, ja, sie hat diesen Krisendolch, aber, ne? Jetzt ist sowieso derdolch der stärkste, das passt Das sind also meine drei Charaktere, die ich eigentlich am Ende des Spiels auf jeden Fall benutzen möchte Ähm, so, ich muss einmal nach Sprite Knights wieder gucken Spritnitzes Äh, alles, nur theoretisch Hm Das ist eigentlich egal, was ich da noch einsetze, aber ja Hey, es ist vielleicht noch ganz gut Aber mir geht Zeit darum, dass wir jetzt erstmal uns auf den Weg machen zum Ende des Spiels Äh Ich könnte es wieder abhängig davon machen, ob die Nachfrage groß ist nach den letzten paar Sachen Aber prinzipiell, wenn wir einmal durch sind, sind wir einmal durch Das Ende kommt tatsächlich, bevor man die Sidequests machen kann Ich glaube, damit werde ich es dann auch belassen tatsächlich Ich meine, natürlich, wenn jetzt irgendwie 20 Leute danach fragen, was da sonst noch passiert, würde ich das noch machen müssen, aber Wir kennen meinen Channel, seien wir mal ehrlich, das wird nicht passieren Ja, das habe ich Also beim Versprechen greifen, meine ich Suchst du nach etwas Bestimmtem? Irgendwas muss ja hier sein, sonst würde das ja keinen Sinn machen Ja Eben, irgendwas muss ja hier passieren Irgendwas muss hier sein Okay, wir haben jetzt im Prinzip erstmal wieder Einen Dungeon Keine Verwunderung da, ne Nebenbei hat jeder Gangrath Ich glaube, ihr hatte ich das nämlich nicht mehr gegeben, weil das dann er hatte gerade, ne Ja, in der Tat Ich könnte zwar auch einen anderen Gangrath holen, aber ihr wisst, was ich meine Äh Ne, das dann mit möchte ich schon behalten Das ist zu interessant Dann kommt halt hier statt das Gangrath rein So Man wird das Spiel auch nicht zu 100% durchhaben können, bevor man hier halt fertig ist Das ist auch nochmal so eine Sache Noch so ein Grund, warum ich sage, ich mache erstmal zumindest das Spiel fertig und dann gucken wir mal Auf A-Kill-Like-Kill-Shadow Yay, wuhu All das Zeug Und ich dachte mir Da, äh Zumindest Komi schon, äh, 45 hat Reicht es langsam, um zu sehen, dass wir Äh Zum Ende des Spiels kommen Zumindest ist das der Gedanke gewesen Oh, ich hab sie nicht überrascht, guck an Sauerei Aber wir wissen ja alle, was passiert Das Alles sterben sie Hier ist also ein Naja, Königreich Ey, oder Hier ist das, was mal ein Königreich war Zumindest so, wie es aussieht Spriteknife-Monster, ich bin weg Oder Interessanterweise rennen wir ja nicht weg Sondern wir lösen die Gegner in Luft auf Aus irgendeinem Grund Das ist ein bisschen komisch, der Gedanke Aber hey Masayume Nicht Masamune, sondern Masayume Eine neue Waffe für, äh Juyenda Ignoriert Die Resistenzen Ich will ihr eigentlich die hier geben Erhöhte Angriffskraft, wenn kritische Treffer kommen Aber solange sie jetzt so gesehen sowieso draußen ist Ist das erstmal egal Aber in der Theorie ist das eine schöne Waffe Denke ich mal Ich bin mir nicht sicher, wer da besser zu machen bleibt Ich glaube, ich treffe trotzdem beide Und ja, wir sind momentan Ziemlich übel aufgepowert Von daher, ich denke mal, das ist Ist schon gut so, dass ich jetzt in dem Sinne Die Ein Schnitt mache und sage Wir spielen jetzt erstmal einmal durch Wie gesagt, wenn sich genügend Leute finden, die tatsächlich sagen Yo, ich möchte das Spiel bis zum Ende sehen Gut, ansonsten werde ich Was macht das eigentlich Man beachte übrigens, wie schnell sich Weil ihr das Momentum auflegt Ist auch faszinierend anzusehen Mit einem HP überlebt echt jetzt Mithilfe der Time Crown, meine ich Weil, äh, Sets nach Ist das tatsächlich schon nützlich, das Ding Dann mal hier, Elixiere Wow Äh, ja Die, man muss Ich greife mal so ein bisschen vor Das, was man im Großen und Ganzen von den Sidequests Das sind auch Spriteknights Okay Was haben von den Sidequests tatsächlich gehabt Sind Naja Stärkere Spriteknights Also noch stärkere Techniken Als die, die ich jetzt schon verwende Von daher Fällt auch wieder unter dem Punkt Belohnung Die ich halt nicht brauche Ich würde aber Tatsächlich jedem ans Herz legen Kann ich den einfach umgehen? Warum soll ich den einfach umgehen? Was ist das denn? Ich würde halt jeden Wirklich ans Herz legen Das Spiel Zumindest mal auszuprobieren Das ist ein richtig gutes Spiel Und ja, ich weiß natürlich Die Aussage, dass ich das Spiel Jetzt nicht auf 100% spielen werde Aber Ich hab's blind angefangen Ich bin froh, dass ich's Zumindest bisher gespielt habe Aber ich bin ehrlich Wenn da keine großartige Story mehr kommt Dann ist das Spiel für mich durch Punkt Aber ich bin aufs Ende gespannt Hm Das Tor geht einfach rauf Ich wollte schon sagen Du wirst jetzt nicht sagen Du wirst alleine reingehen Deine Reise ist noch nicht vorüber Echt ey Das Schlimme ist Man darf immer noch nicht vergessen Dass Das Ziel der Reise ist Dass die sich umbringt Oder umbringen lässt Da sind wir uns jetzt noch nicht Ganz im Klaren drüber Aber der Ziel ist Dass sie stirbt Nur dass wir das halt wissen Das ist auch so Die Ich weiß nicht Julienne, die hier hinkommt Ist die überhaupt Aber es ist halt nur Leere Schloss im Endeffekt Mehr ist sie ja nicht Dann sind das komische Was sind das für Dinger Vögel einfach nur Im Endeffekt Und einmal heilen Oder auch nicht Das Ding ist unempfindlich Gegenüber Ich verstehe Das ist natürlich ein Problem Nicht so ein großes Dass ich es nicht umbringen könnte So groß ist das Problem Dann auch nicht Aber Es ist ein Problem Ich sage ja Diese Eisoptik Die Schneeoptik Ich liebe es Es ist wirklich schön anzusehen Außerdem blaues Feuer Nur mal so am Rande Erwähnt So Definitiv alle geheilt Und MP wieder aufhalten Schön Wunderbar Und wie ich schon erwähnte Die Musik Die Musik ist Von schön bis traurig Alles gleichzeitig Wunderbar Okay das sieht gut aus Um alle zu treffen Ich liebe es Ja wie gesagt Nach diesem Spiel Werde ich mich Erstmal Mir widmen Was ich so lange Hab liegen lassen Aber ich denke Der Zeitpunkt ist gekommen Zu sagen Nier wird weitergeführt Definitiv Mit der Dach Nier Automata Oder so ähnlich Nein 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 Die hatten doch auch Wächter oder nicht Das sind wir noch weit Echt jetzt Nicht nur Sie war hier Ha Kryptisch 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 Aber es stimmt schon Man muss noch ein bisschen Mehr über sie erfahren Oh Heiße Fuchsdamen wieder Oder so ähnlich Das habe ich laut gesagt Hab ich laut gesagt Nein Egal Ich kann die Kraft Ich kann die Kraft Ich kann die Kraft Nicht wirklich heiß Mir geht es tatsächlich Nur darum Es ist eine Fuchsdame Sie hätten genauso gut Auch wieder Katzenmädchen Noch einbringen können Und hat sie nicht gesehen So hat der feuchte Anime-Traum Wenn man so will Links oder rechts Tja Keiner weiß es Am wenigsten ich Töten tut es nicht Aber verstecken lassen Es ist halt interessant zu sehen Dass ich sie jetzt Auf so viele Arten weise Einfach die kleinen Gegner Na ja mal eben Im Prinzip wegfische Die haben keine Chance Die kommen rein Sind tot Fertig Oh du bist Sonst freut man es euch auf Ne du bist ein normaler Alles Naja das ist natürlich nicht Okay wenn ich daneben Hau immer Sehr schlimmer Also Auch nicht Naja Hätte ich doch tatsächlich Direkt auch Greg Cross Einsetzen sollen Aber Könnte ich ja nicht Hab mich ja nicht Gut angeschlägt Aber jetzt Ja im Endeffekt Haben wir mittlerweile Zumindest was Die ganz normalen Gegner angeht Das sind hier glaube ich Tatsächlich Die stärksten Ganz normalen Gegner Die wir finden können Abgesehen von Sprite Night Monstern Äh Haben wir im Endeffekt Den Killknopf gefunden Drücke X Um zu gewinnen Sozusagen Was ja insofern Eigentlich nicht Nicht toll ist In Anführungszeichen Nicht toll ist Aber Seien wir mal ehrlich Ist es verdammt schön zu sehen Ah ich komm hier rein Ah Irgendwelche Gegner haben Egal Plippen tot Fertig Das hat halt schon was So ist ja nicht Kann ich halt nicht Äh Abstreiten Okay hier ist die Treppe Die weiter nach oben führt Das heißt Naja man rennt einmal Im Viereck hier rum Irgendwann kommt eine Treppe Stairway to heaven Und so Und mal wieder der Gegner Und mal wieder der Gegner Na toll Ich sage na toll Weil das heißt jetzt Ich muss einmal nochmal Außen rum Um nach oben Rechts rein zu gehen Das ist nicht nett Schöne Sache Aber bei ihm Würde ich das hier Tatsächlich nehmen Hohe magische Angriff Und Verteidigungskraft Also wenn es darum geht Den besten Stab Auszupicken Bisher ist das die Wahrscheinlich beste Methode Für Kier Denn sagen wir mal ehrlich Er wird nie in der vorderen Reihe stehen Was ich jetzt so sage Jetzt gibt es eine vorderere Reihe Aber der Punkt ist halt Er ist nicht der Kämpfer schlechthin Okay Und Eigentlich geht es wirklich Nur darum Ihn mit Möglichst magischen Sind das Beutnant Monster Ne Ihr seid auch nochmal Ja ja Ihr seid auch nochmal Gut Das hat mir nämlich Gerade noch gefehlt Ach Ihr lebt immer noch Guck mal Ah nein Neuer Schaden Ah ich sterbe Bitte Also geht es eigentlich Bei ihm Wirklich darum zu gucken Das macht ihn stärker Das nicht Na das ist gut Ja gut Das hat sich wenigstens gelohnt Es gab eine Blutrute Also zwei Waffen tatsächlich Für ihn Guck mal Vielleicht auch eine interessante Sache Wenn er Ist halt die andere Frage Wenn er damit HP absorbiert Während er magische Angriffe ausführt Ist das super Wenn das nur darauf anspielt Dass ich Mit dem Stab Angreifen kann Und dann HP absauge Ist das Ding Komplett nutzlos Weil dann kriegt er Nicht viel dabei raus Aber ja Wie gesagt Auch hier wieder Ist das eine schöne Umgebung Die Musik ist Ruhig und passend Nichts überdrehtes Macht aber auch Keine große Angst Wirklich Was los Ist irgendwas Hast du kalte Füße Ja hier Hier hat man grundsätzlich Kalte Füße Eine Legende So Die Toten kommen wieder Als Schnee Toll Wir sehen sie als Schnee Durch den wir warten Ich meine Ist ein tröstlicher Gedanke Nach dem Motto Die Person ist ja nicht So richtig weg Aber Ich weiß nicht Ich bleib dabei Ziel des Spiels Ist es Zu sehen Wie sie stirbt Das ist Einfach nicht schön Und die Frage Bleibt immer noch Wenn ich so drüber Nachdenke Wer war denn jetzt Der Meister Von den Älteren Herren Weil Es ist nie wieder Was passiert Es wird nie wieder Gesagt Ja hier Das ist der Meister Oder der Meister Hat gerne das entschieden Das Weiß Gott was Da kam einfach Nichts mehr Äh Das könnte noch Was Ich weiß nicht Wie ich den da In der Mitte Komplett dabei Jetzt ignoriert Hab Weil der stand Eigentlich perfekt Um Ein paar Angriff Abzukriegen Dann machen wir Das nächstes Beste Hauen einfach Luminair rein Ich glaube Luminair wird sowieso Eine dieser Techniken Die man fast schon braucht Allein für den Auto-Revive-Bush Den wir anhaben können In dem Momentum-Modus Das ist Einfach zu gut Carries Ansonsten Leveln wir halt einfach Was ist das Ein Gorilla mit Pilzen Auf dem Kopf Irgendwie so Ein Gorilla mit Pilzen Auf dem Kopf Ich meine Ich kriege immerhin Pilze von ihm Also Wahrscheinlich Ist das sogar richtig Dass dann irgendwo steht Gorilla Fell Oder sowas Was vielleicht auch Ganz gut so ist Dass das Alle erwischt hat Wundert mich Ich habe damit Gerechnet Der rechte würde Stehen bleiben Also Keinen Schaden kriegen Aber ja Killknopf Es ist Im Endeffekt Was ich hier habe Ein Killknopf Wie soll man das Anders beschreiben Na toll Und ich habe wieder Den richtigen Weg gefunden Yay Womit habe ich da Glitzern gesehen Mal zugegeben Ist das einfach Eis Eis glitzert Für gewöhnlich sowieso Kein Wunder Kein Wunder Also dass ich ihn jetzt Dann sehe Trotz Zwei Treppen Nach oben Dang it Ist das jetzt die richtige Treppe Nach oben Oder die andere Oder sind beide Für sich richtig Oder eine Für sich nach oben Oder so ähnlich Ich weiß es nicht Ich hätte übrigens gedacht Ich müsste den Hier überrascht haben Nein Habe ich tatsächlich nicht Guck an Na sau Reisen Aber sogar Ein exakter Gorilla Kill Guck an Da sind gut dabei Gut dabei Jetzt sag mir bitte nicht Dass da noch Die dritte Treppe ist Das wenigstens nicht Hättest mich gewundert Nein Definitiv Ich würde schon sagen Dass er gerade überlebt Es hätte mich sehr überrascht Ja Aber Nicht zwangsweise gewundert Zwei Treppen Zwei Treppen also Mein RPG Instinkt sagt mir Dass die Treppe Die weiter weg war Also wenn es noch Eine weiter nach oben Und dann links war Die falsche wäre Beziehungsweise die richtige wäre Aber für mich die falsche Weil ich ja erstmal Sachen einsammeln möchte Aber ob das so ist Werden wir sehen Ich hätte jetzt Da mitgerechneter Zeit Schon ein Gespräch Anfangen Deswegen glaube ich Hier richtig bin Ja Seht wie los Brauche ich jetzt mal Näh Die andere Schlange Nicht War irgendwie abzusehen Aber hätte hätte Trostiger Biss Ja Trostiger Biss My Ass Tada Freeze Das ist echt gemeint Ne Aber ja Hab recht behalten Hier ist gut Hier kriegen wir nämlich Rainbow Die voll letzte Waffe Für uns glaube ich Erinnert an das Schwert Sogar fast dasselbe Modell Ne Das ist dasselbe Modell Sogar Ja fast Erhöht die kritische Trefferrate Aber ganz ehrlich Hohe Angriffskraft Und erhöhte Drops Was soll ich sagen Und jetzt sind alle Monster Unten wieder da Werde ich es nochmal bekämpfen Nein Zumindest nicht Freiwillig Wenn ich in einen Kampf Gerate Das ist wieder was anderes Aber wenn ich Dem gehen kann Dann werden wir es Diesmal umgehen Die lassen sich ja Größtenteils Tatsächlich prima umgehen Manche Ich war also Die haben ja schon Animationen gesehen Wenn sie uns sehen Das heißt also Sie haben mich nicht Mal gesehen Ich bin wie ein Schatten Ein kleiner Ninja Oder ein großer Ninja Ne jetzt geht es hier schon Wieder los Links oder rechts Doch nicht Ich habe es mir nur eingebildet Okidoki Müssen sie ergabt haben Ziemlich viel Wissen Tja Dann gib deine Hoffnung Mal nicht auf Dass man das Leben Verlängern kann Auch eine interessante Idee Ja Ja Geh du mal vorwärts Du bist wahrscheinlich Im nächsten Raum Zerackstück Aber ja Wäre natürlich schön Wenn ich hier Schaffen würde Für seine Leute Herauszufinden Wie man Das Leben verlängern kann Natürlich Ist wieder eine gute Sache Dass dieses blöde Viech das aber auch immer macht Wenn ich schon fertig bin Sag ich nur weil Sonst hätte mich Luminair einfach nochmal geheilt Aber nein Der Angriff von dem Viech kam Als ich fertig war Mit dem Leer geht Die standen allerdings wieder prima dafür Hey Jetzt sind wir wieder ganz oben rechts So gesehen Ich meine es ist immer nur ein 3x3 Und ganz links und ganz links unten Haben wir ja schon gesehen Durch die In Anführungszeichen Falsche Treppe Die für mich natürlich die richtige Treppe war Weil Alles wo ich erstmal nicht den richtigen Weg gehe Und damit andere Sachen finde Ist für mich eine gute Treppe Na gut und der steckt fest Kann ich einfach mit dem Luminair wieder angreifen Definitiv mein HP zu erhöhen Und erledigt Wunderbar Ich frage mich übrigens immer noch Wenn Oder sagen wir mal andersrum Warum Nur die Waffe von Kombi leuchtet Ob das wirklich so ein Ding ist von den Äh Ja Wie hieß immer Der Stamm mit den Masken Den man sowieso nötig sieht Weil es den Scheinbar auf der Weltkarte gar nicht gibt Na eigentlich Die Buff kill und fertig Wobei ich jetzt natürlich auch auf so ein Momentum hätte warten können Für mehr Drops Aber seien wir mal ehrlich Ich bin nicht unbedingt mehr hier für die Drops Oh Speicherpunkt Speicherpunkt heißt für gewöhnlich Boss time Richtig Ich habe übrigens offscreen noch die Fällt mir gerade ein Das war zu erwähnen vielleicht So Aha Ähm Habe ich offscreen noch die Beiden Rezepte aus Knife geholt Aus Knife Liebe Wie auch immer Also auf der Ebene sind wir auch abgesichert Wir haben auf jeden Fall jetzt Äh Essen dabei Aber natürlich nicht alle Rezepte Aber auch da wieder Dafür muss ich hier teilweise alles gefunden haben Und das ist dann halt wieder so Endgame Zeugs Hier war nach Sieht nicht aus wie ein Schwert Sieht eher aus wie so ein Pylon den man Leuten um die Ohren hauen kann Okay Aber ja Speicherpunkt Heißt für uns Einmal speichern Einmal heilen Heilen brauche ich tatsächlich nicht Speichern vielleicht Und dann eben etwas essen Äh Ja Schöne Sache Es gibt glaube ich drei Trophäen Die ans Essen gebunden sind Und das war die zweite Die wir im LP selber gesehen haben Guck mal Rechte Punkt Ein kaputter Silberspiegel Na gut Nehme ich auch Als hättest du das alles schon mal gesehen Das hast du aber schon mal gesagt Ja eben Und du hast gesagt Dass ich nicht da war Déjà vu Und dieses Schweigen Kommt wieder rüber Als wüssten die Turner Darüber mehr Aber sagt nichts Äh Da oben sitzt der Reaper Schönen guten Tag Herr Reaper Jo Bin ich gefährlich Ich bin süß und kuschelig Oder so Wer macht es die Macht meines Meisters Wer ist denn dann Jetzt dein Meister Das hast du noch nicht Einmal geschlagen Und jetzt meinst du uns Schlagen zu können Aha Come on Versuch's doch Meinst du Naja Soll sie es versuchen Hm Ja Bring lassen Sollte sie sich In der Tat Nicht Das ist schon Richtig Dann halt nicht Ich wollte ja Nur nett sein Das teleportieren Ist allerdings In Anführungszeichen Nicht gleich Black hole Oh my god Mehr black hole Garantierte criticals Ist auch so eine Sache Garantierte criticals Damit habe ich jetzt Nicht unbedingt gerechnet Da sagt er noch Ich werde dich zuletzt Ja ist klar Echt jetzt Äh so Dann einmal Luminär Vielleicht hätte ich auch Zuerst Luminär einsetzen Also dann hätten wir ja immerhin Äh Mit dem Momentum Ein Auto-Revive gehabt Echt jetzt Gut hat sich schon Das ein oder andere Wasser dabei Aber dann So Das ist Jetzt geht er einfach wieder Irgendwie sieht das so ein bisschen so aus Als sollte der weiter in der Mitte stehen Und nicht da, wo er jetzt gerade ist Aber okay, was soll man machen? Ja, jetzt macht's wieder mehr Sinn mit Okay, nein, macht's nicht Nidre und Juyen sind einfach mal in die Wand geglitscht Ich glaube nicht, dass das so ganz richtig ist What the frick Erstmal wieder sammeln Das ärgert mich jetzt tatsächlich nur, weil ich gerade dachte Okay, bevor jetzt irgendwas Böses passiert Heile ich erst mal mit Aura Naja, egal So Aura Passt eigentlich, glaube ich, so wie wir stehen, passt das Ja, das können wir jetzt auch noch 15.000 Mal machen Irgendwann wird's langweilig Zumal Ja So Garantierte Criticals, jawoll Und stopp Jawoll Ah Ah, der hat keine MP mehr Nein, egal Und stups Einmal so reinstechen Deutlich einfacher im großen Ganzen als der Reaper gerade eben Tja War aber ein guter Versuch von ihm Ein guter letzter Versuch Ich würde ja schaffen, um das Opfer umzubringen Ich habe kein Herz Also warum weinst du? Also warum weinst du? Weiß ich nicht Ha Sind nicht meine, aber Also Fühlen beide das, was der andere fühlen würde Wir haben es aus einem guten Grund gemacht oder so ähnlich Sie hat gesagt Two Er wurde auch erschaffen Interessant Anyway Fürs erste Taktischer Rückzug Aber im Prinzip nur ein taktischer Rückzug zum Speicherpunkt Und beim nächsten Mal Gehen wir weiter In die verlorenen Lande Ähm Viel bleibt nicht mehr übrig Ich glaube spätestens bei Part 30 sind wir durch Bis zum nächsten Mal, Leute Bis zum nächsten Mal, Leute Amen.